Nachwirkung Titoit Michigan. Es sind vier Jahre vergangen, Hades rechterhand. Dr. Pierre Danois versteckt sich im verlassenen Titoit. Nehmen sie ihn gefangen, um Hades Standort ausfindig zu machen. Da bin ich mal gespannt. Und dann zacken wir mal die Runde jetzt. Mission Nummer 5 Liebe Mitbürger dieser Welt, heute habt ihr Angst. Ihr habt Angst, weil ihr aus eurem Schluck gewählt wird. Es gibt Tage, die vergisst man nicht. Manche Momente brennen sich auf ewig in unser Gedächtnis ein. Wo waren sie? Am Tag, als alles anders wurde. Vor vier Jahren wollte ein Mann unsere Welt zerstören. Wollte ein Mann Dunkelheit über uns bringen. Dachten wir, wir würden es niemals überstehen. Doch das haben wir. Zusammen. Als sie verwundbar waren, gaben wir ihnen Kraft. Als sie krank waren, boten wir ihnen Heilung. Als Chaos herrschte, sorgten wir für Ordnung. Stabilität, Sicherheit, die Chance auf einen Neuanfang. Wer wir sind, wir sind der Weg nach vorn. Ich bin mega mal gespannt, was uns hier erwartet. Willkommen in Detroit! Zweieinhalb Millionen Menschen, alle in Lagern wie diesem. Echt kein Urlaub, aber sie haben Nahrung, Wasser, Sicherheit. Alles dank Atlas. Und jetzt hat die KVA die Eier nebenan einzuziehen. Leck mich! Ne, danke. Der kann ja auch den Eier noch machen. Ja, wasch... Peter. Du siehst scheiße aus. 22 Tage am Stück. Die KVA macht keine Pause. Und wir auch nicht. Verstanden. Sie wollten die Leute im nächsten Monat zurückbringen. Dann ist die KVA aufgetaucht. Jetzt ist alles abgeriegelt. Sie beschützen unser Ziel. Sind wir noch dran an ihm? Dr. Pierre Danois. Er ist im Innenstadtkrankenhaus. Haben grünes Licht. Vier Jahre Jagdoport. Kommt, da einen Einkaufswank hin. Ja, einfach so an der Tür. Das ist brillant. Gut. Ihnen geht es sicher gut. Äh... Da soll ich jetzt fressen, oder Paketer? Nicht vergessen, ein Paket pro Sektor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Säuberung, ja. Gerien, Taurus, sind wir fertig? Ja, die Bikes stehen bereit, das Zeitlimit ist eingegeben. In Ordnung, aufsteigen. Endlich, hier geht's los. Lange einer Rüderort hier. Mit mir synchronisieren, Autopilot-Doktor. Bravo 2-1, der Doktor hält Position im Krankenhaus. Die Uhr tickt. Los jetzt. Verstanden, Prophet. Bei Kontrollpunkt Blauen 5. Nicht vergessen, wir brauchen ihn lebend, um Hades zu finden. Ja, ja, ja. Bravo Ende. Lebend, lebend, lebend. Wie waren das für Typen, Alter? Vier Agenten auf der X-1-1. Befehl 7-5-5-2-7. Okay, alles gut. Auf, auf. Drei der Nachhörer. Komm, ich will hier selber steuern. Amter Scheiß. Ich kann nicht glauben, dass das Detroit ist. So viel hat sich nicht geändert. Geht raus, wie weit weiter ist hier. Wo sich die Natur die Stadt zurückhält. Naja, mal vorne. Auf. Sammelpunkt direkt vor. 12 Uhr. Mh, Ruffit. Bravo 2-1 beim Sammelpunkt. Bereit halten. Ruffit. Bereit, Ruffit. Der Pass auf die Faust aufs Auge. Oh, jetzt spielen wir hier noch in einer Qualität. Klettert ja mal, ihr Affen. Hm, es scheint ja nicht mehr Lust zu sein. Was müssen wir denn hier machen? Folgen Sie, ah ja. Folgen Sie, bla bla. So. Ähm, weiter hier. Move, move. Profit sind bei Kontrollpunkt blau. Durchqueren die Schule. Verstanden. Wir haben euch. Das ist hier. Du, ruhig. Scheiße. Ui. Warten, hast du dich erschrocken? Oh. Komm jetzt gleich auf deine Kasten. Geh doch darin endlich. Mensch. Scheiße. Naja, die sagen eh nuscht mehr. Wir sind Leichen. Sieht wie eine Räume drauf aus? Schutzanzüge fehlen. Schutzanzüge gelten jetzt als Feinde. Verstanden. Wenn die KVA getarnt vorgeht, könnte es mehr von ihnen geben als wir dachten. Der sagt. Auch nix mehr. Die Tür. Der macht doch selber die Tür auf. Mann. Stehst doch schon da. Mann. Hier ist ja viel los. Ist jetzt nicht, nicht in Schuss hier abgefeuert. vielleicht kommt es noch vielleicht auch nicht wer weiß dann geht nach vorne ja, ist doch nicht laut na, da fährt wir schon runter was auf ist ja nicht laut die hören uns nicht, ne na ist klar, ey hab ich mir echt schon gedacht hier, ey na, muss ja fallen Mann, Mann, Mann da regne ich meine Waffe hier ist einiges los verschnickt bleiben verdammt, der Schleichspül, ey hmmm was da scheiße ach komm, wir können jetzt einfach oh ne scheiße hier das ist für eine Kackmission das ist dann mal scheiße hier oben oh verdammt ich na komm da genau was das jetzt auch immer war keine Ahnung äh das ist was das jetzt auch immer war